So, jetzt sind wir wieder hier in das Niederland. Jetzt sehen wir hier schon einige Veränderungen. Hier ist ein 300-Dach getroffen. Es sieht noch cool aus. Und ein wenig abgespaced das Ganze. Ja, jetzt gehen wir mal rein. Hallo, Raphael. Hallo. So, schon bist du wieder da. Es sind jetzt zwei Wochen vergangen, seit dem letzten Video. Schön, dass wir wieder dabei sind. Es ist viel gegangen. Und zwar, es hat genug geregnet in der letzten Zeit. Das heisst, wir konnten den Tank füllen. Man hat eine Verschreibung gegeben aus dem Kranstall. Da zeige ich dir nachher ein bisschen dazu. Und ja, es läuft. Aber kommt schauen, wie es an die Pflanze geht. Also jetzt läuft er eigentlich hier richtig im Kreislauf? Jawohl. Hier läuft es rein? Ja, es läuft zum Fischstand rein. Okay. Das ist der Lauf. Das ist hier vorne. Das ist hier vorne. Das läuft hier vorne. Und dann geht es hier weiter. Genau. Und dann geht es hier weiter. Genau. Was wir brauchen können. Wir haben aus Standard Wasserkontainern oder IBC-Containern haben wir das Befli gemacht. Das kann man überall zur Welt machen. Und da wird man auch für 3 Quadratmeter mehr Pflanzfläche geben. Und zwar haben wir Platz genützt über einen Sammeltank, damit wir dann zu können. Ah ja. Das ist ja der... Wie ist das schon wieder gegangen mit dem Tank da unten? Der Tank ist besonders vor allem und das Wasser läuft immer ganz ab. Das heißt, da sammelt sich das Wasser, das wird dann gepumpt. Hier im Schlauch. Der Schlauch bringt das frische Wasser hier zu den Fisch. Im Überlauf. Das geht dann nachher durch die Pflanzen, wo die Pflanzen dann das Fischwasser wieder brauchen. Okay. Die Biologie ist im Moment sehr wichtig, ja. Und zwar wie erwartet. Wir bauen hier Bakterienstämme auf, damit die Nährstoffe, vor allem Ammonium, zurückliegen und dann haben wir gerade umgehandelt werden. Im Moment haben wir einen hohen Nitritgehalt. Das heißt, die Zwischenstufe ist giftig der Fisch. Darum haben wir jetzt noch keine Fische drin. Aber das bewegt sich, also das entwickelt sich sehr gut, so dass man sich hört, sie können Fische einsetzen. Jawohl, das ist etwa der neueste Stand. Wir sind wenige Wochen wieder. Danke vielmals. Okay, danke dir Raphael.